Moin liebe Leute und herzlich willkommen zum ersten, so richtigen Hansa-Talk möchte ich fast meinen, der neuen Saison. Denn es geht um das Spiel vom ersten Spieltag der neuen Drittliga-Saison 24-25. Hansa Rostock empfing die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ja man muss sich daran gewöhnen, dass man zunächst vielleicht gegen relativ starke Traditionsfeinde spielt, aber dann merkt, dass dahinter eine Zwei steht. Und in diesem Fall war es der VfB Stuttgart, die zweite Mannschaft davon, letztes Jahr aus der Regionalliga Südwest aufgestiegen. Am letzten Spieltag irgendwie noch die Stuttgarter Kickers ausgestochen, sehr, sehr schade für die Liga an sich so. Und ja, die waren am ersten Spieltag zu Gast im Ostseestadion, das zunächst einmal eine riesengroße, geile Choreo vorbereitet hatte für 70 Jahre Ostseestadion. Das Jubiläum wurde ja schon mit dem Spiel gegen Lazio rumgefeiert, aber jetzt im Drittliga-Alltag wurde das Ostseestadion nochmal so richtig gewürdigt. Eine blau-weiß-rote Poncho-Wand auf allen Tribünen des gesamten Ostseestadions verteilt. Dazu auf der Süd und West noch riesige Banner, die hochgezogen wurden. Also das war wirklich überragend. Ich will gar nicht wissen, wie es, also ich kann mir schon richtig vorstellen, wie es sogar noch vor Ort gewesen sein muss. Ich habe selbst auf dem Komorosee, auf dem Hausboot, nur auf dem Tablet guckend, Gänsehaut verspürt. Also ich will, ich kann gar nicht beschreiben, wie das denn wirklich vor Ort gewesen sein muss. Schreibt dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Hammergeile Choreografie des gesamten Stadions und eine enorme, tolle Atmosphäre für diesen Start in der Drittliga. Und die Mannschaft, die hat es gleich mal mitgenommen, würde ich behaupten. Denn sie haben einen richtig tollen Start hingelegt. Wirklich versucht, sich nach vorne zu kombinieren. Ich habe wenige lange Schläge gesehen und wenn, dann waren die schon kontrolliert und kamen an. Das, was viele halt eben befürchtet hatten, unter Bernd Hollerbach ist eben nicht eingetreten. Dass man wieder nur langen Hafer spielt und dann gucken, was der liebe Gott draus macht. Nee, ich habe da schon einen richtigen Spielansatz gesehen. Man hat versucht, sich immer kurz hinten rauszuspielen. Die Mittelfeldspieler haben sich hinten angeboten. Und Franz Fahne hat sich zum Beispiel mit in die Dreierkette mit reingeschoben beim Aufbau. Und das fand ich sehr, sehr gut. Auch ein Haarenbrock hat sich sehr tief fallen lassen immer wieder. Das sah, finde ich, sehr gut aus. Und apropos Franz Fahne, der ist tatsächlich unser neuer Kapitän. Ich bin wirklich, und wie viele andere davon ausgegangen, dass Damian Rosbach der neue Käpt'n wird. Denn auch letztens beim Training habe ich ihm halt wirklich lautstark Kommandos verteilen gehört. Aber anscheinend hat sich Ben Hollerbach anders entschieden. Soll mir auch recht sein. Franz Fahne ist wirklich ein sehr sympathischer Typ und auch eine absolute Kampfsau, die sich in jeden Zweikampf reinschmeißt. Für mich glaube ich doch schon jetzt der Ersteindruck, ein guter Kapitän. Ich bin gespannt, wie er das im Laufe der Saison weiterhin umsetzen will. Und kommen wir zurück zum Spiel. Denn die Mannschaft von Hansa, sie hat wirklich leidenschaftlich gekämpft, leidenschaftlich gespielt und versucht nach vorne zu spielen. Das war kein Abwarten, das war kein ideenloses Ding, sondern hat immer wieder versucht mit Pässen in die Tiefe vorne reinzukommen. Und ganz überraschend auch Tim Krohn, der 18-Jährige, startete in der dritten Liga von Anfang an. Wahnsinn und hat auch noch Pech gehabt. Er hätte wirklich fast sein erstes Profitor im ersten Profispiel erzielt. Aber er scheiterte leider an der Latte nach toller Reingabe von Kevin Schumacher. Zuvor auch ein super rausgespielter Angriff. Schönes Dreheckspiel von, glaube ich, was Schumacher selbst oder Rossipal. Auf Hardenbrock, der lässt klatschen, Schumacher ist durch, flankt direkt rein. Und Tim Krohn akrobatisch kommt da reingesprungen, haut das Ding leider nur an die Latte. Sehr, sehr schade. Ansonsten Hansa dann auch noch wirklich mit vielen Möglichkeiten. Auch ein Adrian Lebo mit einer riesen Möglichkeit. 1 gegen 1 gegen Dennis Simon im Stuttgarter Tor. Ja, man muss sagen, der Stuttgarter hat gut gehalten, aber ich muss schon meinen, den darf man dann im 1 gegen 1 auch machen. Aber Lebo ist halt eben kein Stürmer. Er hat dann andere Qualitäten, die er dann nachher nachgewiesen hat, indem er clever einen Elfmeter rausholt. Und auch eine gute Freistellation. Harenbrock spielt den flach raus zu Lebo. Der zieht die Strafung ein, der Stuttgarter weiß sich in dem Moment nicht anders zu helfen. Hält ihn an der Schulter fest. Lebo nimmt das dankend an. Und es gibt zu Recht natürlich regelkonform den Strafstoß. Ich habe mir zu meinem Kumpel auf dem Boot gesagt, na, Gott sei Dank gibt es kein VAR mehr. Ich glaube, dem wäre überprüft worden, ob er nicht doch einen Zentimeter schon vor dem Strafraum festgehalten wurde, dass er sich nur einen Freistoß gegeben hätte. Aber das ist erstmal dieses Jahr nicht mehr unsere Sorge, was der VAR denn so Schönes zu sagen hat. Jedenfalls Lebo, der Gefaulte, tritt selbst an zum Elfmeter und verwandelt absolut souverän zum 1-0. Riesenjubel im Ostseestadion. Der Bann ist gebrochen. Jetzt muss es doch laufen. Schumacher vergab noch eine gute Chance vor der Pause. Zweite Halbzeit. Gleiches Bild. Hansa versucht energisch nach vorne zu gehen. Neid hat Licht toll ab. Lebo mit dem nächsten Schlenzer. Geht aber doch einen halben Meter am linken oberen Winkel vorbei. Und dann irgendwie wird man zu passiv. Klar, auch Bernd Hollerbach hat es gesagt. Diese Spielweise hat sehr viele Körner gekostet. Natürlich kann man das nicht nur 10 Minuten dauerhaft durchziehen. Aber dann muss man eben konzentriert in der Defensive stehen. Und das ist nicht passiert. Das hat der VfB Stuttgart mit seiner quasi einzigen Torschuss genutzt. Gut eine hatten sie auch noch in der ersten Halbzeit, wo sie Hansa ausgekontert haben. Allerdings dann kläglich vergeben haben. Da haben wir in dem Moment Glück gehabt. Gehört dazu, klar. Aber hier haben wir dann diesmal kein Glück gehabt. Ganz einfach, weil wir nicht konzentriert und konsequent genug verteidigt haben. Das alte Lied mal wieder. Neid hat. Möchte ich meinen vielleicht einen Tick zu weit weg. Kann man spekulieren. Weiß ich nicht. Rutscht dann im Strafraum aus bei dem Haken des Stuttgarters. Der gibt ihn in die Mitte rein. Und da kann dieser Boakshi den Ball 6, 7, 8 Meter vor dem Tor komplett freistehend annehmen. Drei Mann stehen um ihn rum und keiner attackiert ihn so wirklich. Da kommt noch so eine Alibi-Grätsche von wem auch immer. Und er schiebt ihn dann rein. Upov ist absolut machtlos. Und das kann ich ja nicht nachvollziehen. Selbst wenn du nicht den Druck hast, konsequent auf das 2-0 zu spielen, musst du hinten eben einfach konsequenter verteidigen. Und das ist in dem Fall nicht passiert. Das muss nicht wie angesprochen werden. Und das ist am Ende des Tages so ärgerlich. Weil es das am Ende den Sieg gekostet hat, den du eigentlich so sehr verdient gehabt hättest. Aufgrund dieser Vielzahl von Chancen. Luis Köster eingewechselt. Er hat noch eine riesen Chance gehabt 1 gegen 1. Le Boe nochmal im 1 gegen 1 gewesen. Also wir sind drei, vier Mal allein aufs Tor zugelaufen und haben es nicht geschafft, den Ball im Tor unterzubringen. Das ist ein großer Mangel. Und da dürfte jedem klar sein, dass da noch was kommen muss. Das weiß Ben Hollerbach auch. Da brauchen wir nicht weiter wieder diskutieren. Ich habe auch mit Absicht in den letzten Tagen nirgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob ich zurückhalten. Und werde auch versuchen, nicht mehr so viel auf die negative Meinung von anderen einzugehen. Sondern versuchen, meine Meinung zu vertreten. Und die ist nach diesem Spiel durchaus positiv. Aber ich kann glauben, ich habe richtig gekotzt, dass man dieses Spiel nicht gewonnen hat. Klar, es ist am Ende des Tages ganz sogar froh, dass du dich verloren hast. Chris Kinn-Zombie köpft noch den Ball von der Linie quasi. Weil man da ein bisschen, ja, sich hat auskontern lassen. Klar, auf jeden Fall kann man der Mannschaft nicht vorwürden, dass sie nicht gewinnen wollte. Sie hat bis zum Ende des Tages nach vorn gespielt. Mit ein bisschen Glück kriegst du vielleicht sogar noch einen Elfmeter gegen Gutjonsson am Ende. War ein gernenswertiges Einsteigen vom Stuttgarter da. Kann man mit leben, dass es aber nicht gepfiffen wurde. Ist für mich keine klare Fehlentscheidung. Aber wie gesagt, gibt auch Schiedsrichter, die pfeifen das. Und dann gibt es den zweiten Elfmeter für Hansa. Nichtsdestotrotz, für mich, die Saisonstart macht auf jeden Fall Mut. Es ist für mich weiterhin eine ungewisse Saison, denn die Leistung kann immer noch schwankend sein. Stuttgart muss man sagen, ohne den nahe treten zu wollen, das war jetzt auch nicht unbedingt eine überragende Leistung der Stuttgarter. Der Einzige, der wirklich drittlicher Format zeigte, war dann eben Dennis Simon im Tor, der wirklich alles verteidigt hat. Hansa hat ein Tor zugelassen aufgrund von Unachtsamkeiten. Ansonsten hätte man Stuttgart nie gefährlich vor das Tor kommen lassen, das muss man auch dazu sagen. Das wird am kommenden Samstag gegen Wiesbaden nochmal ein ganz, ganz anderer Schnack. Definitiv werde ich diesmal leider nicht live verfolgen können, denn ich habe selbst ein Spiel. Aber Magenta Sport, sei Dank, kann man ja die Spiele im Nachhinein komplett gucken. Sky winkt mit einem Zaunfall. Hallo, das ist das, was ich in der dritten Liga so liebe. Die Berichterstattung und die ganze Aufmachung und so weiter. Sky, ihr könnt ja mal eine Scheibe von abschneiden, aber müsst ihr nicht, ne? Nö, braucht ihr nicht. Kein Bock. Egal, das ist auch erstmal nicht unsere Sorge. Aber wie gesagt, das wird gegen Wiesbaden nochmal ein anderer Schnack. Die haben dann doch nochmal eine andere Qualität. Deswegen ist es, ja, macht dieser Auftritt Mut definitiv, zu was die Mannschaft eventuell zu leisten imstande ist. Aber definitiv hat es auch gezeigt, woran man noch arbeiten muss. Ganz klar, die Chanceverwertung und natürlich das konsequente Verteidigen über 90 Minuten. Leute, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare zum Saisonauftakt. Ich war wie gesagt am Samstag sehr, sehr angefressen, dass wir das nicht gewonnen haben. Denn das ist eben einfach ärgerlich, dass du so leichtfertig eben die Punkte weggibst, obwohl du so klar überlegen bist. Leute, Daumen hoch, wäre cool, mich zu unterstützen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.